Ja hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Willkommen hier im Grünen. Ein Endless Opening hatten wir schon mal. Damals ging es, war aber einiges technisch anders. Hier wird nicht auf der Kamera aufgezeichnet, wie ich das sonst immer mache, sondern hier auf diesem kleinen mobilen Device wird aufgezeichnet. Das ist ein Atomos Ninja V. Den habe ich mir zugelegt, weil ich aufnehmen will und weil ich dabei noch Kontroll gucken will. Wie man das macht und welche Möglichkeiten es da gibt, das erkläre ich Ihnen jetzt gleich im Studio. Zurück im Studio und alles, das wir soeben gebraucht haben, um den Trailer aufzuzeichnen oder den Vorspann aufzuzeichnen, das liegt hier vor mir auf dem Tisch. Es war also keine Videokamera, mit der ich aufgenommen habe, die ich hingestellt habe, sondern das war hier so eine Lumix FZ 300. In der können Sie auch sehen, hier das ganze durcheinander auf dem Tisch. Als Übertragung hatte ich gewählt die Holyland Mars 400 Pro, die ich ja schon seit einiger Zeit habe. Damit war ich unabhängig. Die beiden sind auf Akku gelaufen. Die Kamera hat einen eigenen Akku und hier ist so ein NP-Akku drauf. Und das war dann hier meine Empfangs- und Aufnahmeeinheit. Da ist denn hier auch ein Holyland, das Gegenstück der Receiver dazu, verbunden über HDMI mit dem kleinen Gerätchen hier, mit dem Atomos Ninja V. Dann gibt es hier noch einen Audioeingang. Das ist hier einfach eine Audio-Strecke. Na, hier ist das Mikrofon von soeben. Und wenn ich hier spreche, kann man hier unten auf dem Bildschirm vielleicht sehen, wie die Lautstärke ausschlägt. Das ist also hier von denen. Damit habe ich also jetzt eine portable Aufnahmeeinheit in professioneller Qualität. Denn das Ninja V ist schon wirklich eine tolle Kiste. Da wollte ich Ihnen noch ein bisschen was zu zeigen noch. Das war für den Vorspann. Und das ist für die Situation, wenn ich etwas außen aufnehmen will. Jetzt können wir mal ein bisschen davon abbauen, was wir nicht brauchen. Der ist jetzt einfach hier mit so einem... Na, komm. Die gehen nie ab, wenn sie sollen. Der war einfach mit so einem... Hier so so ein Blitzschuhadapter habe ich mir da drauf geschraubt. So, wenn ich den jetzt ausziehe, sagt er eben kein Input. Und auch die Kamera, die können wir jetzt erstmal wegtun, weil ich den Platz gleich für was anderes brauche. Wo bist du, Kamera? Da. So. Tun wir erstmal alle weg. Und der lief also soeben auch mit Akku. Damit war das vernünftig gelaufen. Einen Unterschied zu soeben gibt es. Der Ninja V oder Ninja V ist hier mit einem Netzteil, mit dem Netzteiladapter bestückt, der mitgeliefert wird. Das hier, was ein bisschen größer ist, ist das Aufzeichnungsgerät. Das ist in dem Falle eine SSD-Festplatte. Ich schraube hier der Falle schon mal den Blitzschuhadapter ab, weil der mich im Moment optisch stört. So, weg. Soeben unterwegs hatte ich einfach hier auch so ein NP, das wäre so ein NP-900, NP-960 wäre das gewesen, so ein Akku, wie bei Sony Kameras und so was sonst auch üblich ist. Hier oben und unten hat der Ninja V Schrauben für, entweder hier für Blitzschuhadapter oder eben um die Option tiefzustellen. Und hier hinten, das ist das Speichergerät. Das ist eine SSD-Festplatte, eine ganz normale SSD-Festplatte, in so ein Caddy eingeschraubt, das auch mitgeliefert wird. So, damit ist das im Prinzip alles erklärt. Dann gibt es an sich nur noch hier an der Seite einen Kopfhörerausgang und es gibt den Netzschalter. Alles andere passiert über den Touchscreen. Ich werde jetzt erstmal wieder eine Quelle anschließen, damit man hier was drauf sieht. Das ist das Audio-Gerät und das war auch einer der Gründe, warum ich mir den Ninja V gekauft habe. Ich habe hier meine Sony Kamera. Das ist eine Videokamera, die kann 4K allerdings mit sehr vielen technischen Einschränkungen. Die hat also nur 25 Bilder und andere Sachen, die mir nicht so optimal gefallen. Außerdem ist sie nur stationär zu betreiben. Und wenn ich den HDMI-Stecker jetzt mal einstecke und die Kamera einschalte, dann wird man sehen, dass der jetzt mit 4K aufnimmt. Das kann man sehen, wie gesagt, der wird bedient über einen Touchscreen. Da haben wir ihn. Also erstmal der Source ist das HDMI, das wären andere Geräte. Der Input ist also UAD25. Das ist ein 4K-Aufnahme. Und dann kann ich hier noch Trigger und sowas. Das sind dann spezielle Sachen, die man einstellen kann. Hier gibt es, er hat auch die Kamera erkannt, dass das eine Sony PXP-X70 ist. Und damit ist alles wunderschön. Der Output ist jetzt in dem Falle auch, wäre ein 4K-Output. Und ich kann aber hier den Anstub umstellen, da ON. Jetzt würde er hier auch ein normales HDMI-Signal rausgeben. Das heißt, wenn ich also eine 4K-Kamera anschließe, kann ich hier mit einem 2K-Gerät, Endgerät, kann ich weiterarbeiten. Was haben wir sonst noch? Das ist zum Rekord. Ich hätte also jetzt hier auf dieser Festplatte noch 4 Stunden, wenn ich diesen Codec nehme. Es sind hier verschiedene Progresses hier, der Codec in dem Falle. Der wird mitgeliefert, der RAW wird mitgeliefert und der DNX-HR wird mitgeliefert. Die allerdings alle viel Strom fressen. Wenn ich längere Zeit aufnehmen will, könnte ich auch einen H65-Codec dazunehmen. Allerdings muss der extra lizenziert werden. Der kostet 100 Euro. Ich habe mich hier für den Progress entschieden. Der macht eine tolle Auflösung und habe auch jetzt hier eine 4.2.2. Oder könnte er auch sagen, ich möchte eine High-Quality-Codec brechen haben. Dann habe ich eine kürzere Laufzeit, aber eine noch bessere Bildqualität. Das 4.2.2 ist einfach, dass er vier Elemente schwarz-weiß und zwei jedenfalls für die Differenz Y und V. Also vier Y und jeweils zwei U und V. Und dann kann ich mir das Rekord-Format teilweise einstellen. In dem Fall ist es UHD 25. So, dann kann man hier noch Zeitverschiebungen eingeben. Wenn man zwischen dem Ton und sowas Zeitverschiebungen hat, hier wieder ein Timecode eingestellt werden soll. Ich habe jetzt hier gar nichts dran gemacht. Dann gibt es hier, wie die Dateien heißen sollen. Den habe ich jetzt hier vorne als Unit-Name H-E-Z-01. Danach kommt der, Moment war es, Scene, Shot und Take. Das ist also, wenn man einen Film produziert, dafür ist er ja gedacht, dass man dann nach Drehbuch-Szene der Shot, also die aktuelle Einstellung, und wie oft man die schon gedreht hat. Sie sehen, ich habe hier vier Takes gemacht. Hier sind ein paar Test-Takes bei. Und hier ist die Sache mit dem Audio. Er hat also im Prinzip ein komplettes Audio-Mischpult drin, wobei ich hier die Mic-Line belegt habe, hier mit dem kleinen Empfänger. Das Mikrofon liegt im Moment hinter mir auf dem anderen Tisch. So, und das kann man hier noch sagen, was kommt denn da rein? Dein, ups, das Eingabesignal, das habe ich jetzt in dem Falle hier auf Microsoft-Mikrofon-Level, weil das hier eben, das ist das Ausgangs-Level dieses Senders, dieses Empfängers. Was ich für ein Medium habe, hier ist also eine Samsung, ein Terabyte SSD drin. Dann kann man hier noch Zeit einstellen und sehen, wie die Spannungsversorgung aussieht. Ist normalerweise, jetzt wenn ich mit Netz fahre, ist es uninteressant. Sonst kann man sehen, wie voll die Batterie ist. Und wenn man Zusätze kauft, zum Beispiel den H2-65-Treiber, dann kann man hier sich einen Activation-Code holen, den bekommt man zugeschickt und den kann man dann hier einspielen und dann ist er aktiviert und dann kann man ihn nutzen. Das ist so im Prinzip die Bedienung. Was man dann hier unten sieht, sind einfach Aufnahme, Wiedergabe. Da ist einfach die Darstellung geändert. Hier unten sind noch, hier kann man sich die verschiedenen Diagramme anzeigen lassen, so hier so RGB-Diagramm, Vektor-Diagramm. So Filmprofis sagt das alles was, was das ist. Wollen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. So, ne, da. Und hier, das ist einfach zu markieren, um Markierungen zu setzen. So, wenn ich jetzt aufnehmen will, wenn ich das jetzt hier von dieser Kamera aufnehme, dann nimmt er einfach in 4K auf, weil ich ja hier das Signal anliefere. Ich kann natürlich die Kamera umstellen, denn die kann auch normales HD. Wollen wir mal schauen, ob ich das so auf die Schnelle hinkriege. Wie war das? So, jetzt müssen wir erstmal den Knopf finden. So, Aufnahme, das sage ich jetzt einfach. Der soll ganz normales... Zack. Das dauert jetzt im Moment so. Jetzt geht der mit 100.080p, geht der raus. Ob, das hatten wir doch. So. Und wenn wir uns jetzt mal den Eingang anschauen, wenn ich jetzt hier wieder schaue, auf das Menü Input, dann sehe ich, dass er hier mit HD 50p kommt. Dass er jetzt also nur noch mit einem normalen HD-Signal kommt. Aber ich sage Ihnen, das Ding, das ist so ein Allesfresser. Dem kann man vor die Füße schmeißen, was man will. Ich habe hier ein kleines anderes Experiment vorbereitet, um das mal ein bisschen zu demonstrieren. Tu mal die gute Sony-Kamera weg und nehme hier ein, ja, ein Uralt-Teil. Das ist ein kleiner Canon-Foto-Apparat. Der hat allerdings als Ausgang, also da kann man es vielleicht sehen, dass hier oben nur einen AV-Ausgang. Dazu habe ich denn hier mir was gebastelt. Mit einem Klinkenstecker kann ich da reingehen und habe ich hier einen kleinen Converter. Der macht AV to HDMI. Also ich gehe hier mit dem FBHS-Signal rein, hier oben, und hier hinten kommt HDMI raus. So etwas Ähnliches wie HDMI raus. Wir können uns das ja mal ansehen. Warum ich Ihnen das zeige, hat an sich einen ganz einfachen Grund. Ich schalte mal die Kamera an, mal sehen, ob was passiert. Nein, es wird im Moment noch nichts passiert. Ich muss den Converter hier mit Spannung versorgen. Der geht noch mal über eine USB-Versorgung. So, und dann muss ich nur die Kamera noch einschalten und hoffen, dass irgendetwas passiert. Und Sie sehen hier, das Bild der Kamera ist jetzt hier auf dem Atomos zu sehen. Und wenn wir uns mal anschauen, Input hat er jetzt eben ein HPP60, also 60 Bilder pro Sekunde, mit 720 Auflösung. Und wenn ich die umschalte, die Auflösung, so, jetzt hat er 720, Entschuldigung, jetzt hat er 720 mit 60 Bildern pro Sekunde, kann man hier sehen. Und den kann ich einfach umschalten. Da hat er auf 1024, kommt er auf 1024 Punkte. Also HD. Das ist aber hochgerechnet hier in dieser kleinen Kiste. Das ist nicht das echte Format. Zum einen, zum anderen kann man sehen, dass er ein ganz klein wenig verzerrt, obwohl das hier in dem Fall schon sehr, sehr gut ist, weil er schon 16 zu 9 kann. Das werden Sie jetzt auch sagen, wofür braucht man das? Ich kann Ihnen sagen. Ein Freund von mir kam, eine Freundin kam an mit ihren alten Videokassetten. Da habe ich gesagt, ist doch kein Problem. Ich habe noch einen alten Videorekorder. Der kommt mit FBAS und Ton rechts, links raus. Dann hängen wir doch einfach den dahinter, also hier den Atomos dahinter, und schon haben wir einen Rekorder, der von alten VHS-Kassetten, PAL-VHS-Kassetten, auf ein modernes Format hier umwandelt. Jetzt haben wir auch kein Signal mehr. Wahrscheinlich ist die Kamera ausgestiegen. Das hatte ich schon mal. So, dann habe ich ihr gesagt, der hat hier die Festplatte. Wenn ich also übertragen will, die normalen Kameras heute haben alle SD-Karten oder Micro-SD-Karten, je nachdem, was ich gerne möchte. Aber ich kann ja auch die Platte anschließen. Ich habe mir einfach so einen kleinen Adapter gekauft. Hier so einen, die gibt es für 10 Euro sowas, und kann hier die Platte anschließen. So, jetzt müssen wir mal schauen auf dem Rechner. Ach so, das ist die Webseite von dem kleinen Gerätchen. Da gibt es denn noch Zusatzgeräte zu. Da gibt es auch einen Cast zu. Da hat man dann plötzlich vier Video-Eingänge und so Sachen. Aber mir hat jetzt einfach mal das genau das, was ich haben wollte. Aber wir wollten ja schauen, was der an Bord hat. Wenn ich Glück habe, hat er mittlerweile die Platte gefunden. Da ist sie, Ninja. Habe ich so genannt. Und da sind jetzt die Takes drauf, die ich aufgenommen habe im Laufe der Zeit. Wir sehen also hier den, was haben wir hier, Take 0, Take 1 bis Take 7. Das sind die, die ich aufgenommen habe im Testix. Wenn ich hier den zum Beispiel anklicke, ist das das, was wir hier soeben aufgenommen haben. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Dann war es eben der 6er. Das ist das Opening, das Sie soeben gesehen haben. Da habe ich versucht zu synchronisieren und dann fange ich an zu reden. Und kommen wir uns zu. Das haben Sie soeben gesehen. Herzlich willkommen zu HZ im Video auf heinzschmitz.org. Willkommen hier im Grünen. Ein Endes Opening hatten wir schon mal. Und so weiter und so weiter. Also habe ich das auf der Platte, spiele das auf meinen Rechner und schneide das dann in meinem Cyberlink PowerDirector Videoschnittprogramm. Das wird dann, wenn ich gleich fertig bin, wird es da vorgeschnitten. Und habe das einfach als Opening aufgenommen. Eben über die Kamera, über die DSL-Kamera, mit dem Atomos Ninja V und habe so im Prinzip ein portables Studium eingesetzt. Nur für einen kleinen Clip. Wie gesagt, man könnte also bis zu 4, 5 Stunden darauf aufnehmen und hätte dann die Platte, mit der man nach Hause geht und dann weiter arbeitet. Also das ist mein neues, kleines Spielzeug. Ich kann ja mal die Batte, das Netzteil abmachen. Das ist alles ziemlich unempfindlich. Na, außer dass der jetzt im Moment nicht abgehen will. Kann man auch mal da hinten reinschauen. Denn hier haben wir noch was. Das ist ein Erweiterungsslot. Ich weiß nicht, ob Sie ihn sehen können. Das ist fast nicht zu sehen, schwarz auf schwarz. Der ist dafür da, wenn man eine Erweiterung installiert. Also, das ist mein neues, kleines Spielzeug, der Atomos Ninja V. Den werde ich öfter einsetzen, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich hier im Studio mal eben einen Kontrollmonitor brauche und das dann auch wirklich aufzeichnen möchte. Wie gesagt, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf www.fensschwitz.org. Fensschwitz